Ich habe mit euch zusammen Zeichnen geübt und ich habe euch gezeigt, wie ich meinen Charakter zeichne. Ich fange mit dem Kreis an, das untere vom Kreis weg und mache hier so einen W, hier so und dann hier so zwei Schalstriche, kurze Ärmchen und dann füge ich so Beine hinzu. Augen hinzu, Augenbrauen, so ein Dreieck als Lächeln, die Schuhe sind braun, den Mund machen wir in Rot und so haben wir ein Holzchen. Und das waren eure Ergebnisse. Und ich fand die alle richtig cool. Ey, wie cute, mit einem Kaktus. Machen wir so ein Haar und mit einem Sabbern. Übung ist immer wichtig beim Zeichnen. Also danke an jeden, der mitgemacht hat.